Hallo, wir sind die Zehnscheuer Daltzau und willkommen zur diesjährigen Bauwahrtmützung. Dieses Jahr findet alles online statt, das heißt ihr werdet jeden Tag zwei Bastelangebote auf unserem Youtube-Panel finden. Die Materialien findet ihr immer in der Infobox, aber wir blenden euch das Ganze nochmal im Video ein. Also, heute basteln wir zusammen so Klopapiertiere. Genau, eure Materialien könnt ihr in der Zehnscheuer abholen, also die Klorollen und so Vorlagen. Oder ihr zeichnet die einfach zu Hause selber nach. Genau. Musik 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 Ich mache einfach mal weiter, ich teste es aus. Genau, einfach schön kräftig ausmalen, je weniger Farbe ihr benutzt, desto kräftiger und schöner wird es am Ende. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn ihr das so ausgemalt habt, ihr müsst es nicht innen drin ausmalen. Ihr könnt es, dann lasst es einfach mal trocknen, das dauert nicht so lange, 5 Minuten sollten reichen. So lange können wir schon mal das ausschneiden oder je nachdem, ob ihr wollt, selber zu Hause zeichnen. Sollte 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 So, ausgeschnitten sieht das Ganze so aus. Jetzt malen wir noch ein Gesicht drauf. Je nachdem, wie ihr wollt, ihr könnt ein Edding oder einen Bleistift benutzen. So, ausgeschnitten sieht das Ganze aus. So, ausgeschnitten, ordentlich um Mentalität. angemalt sieht das ganze jetzt so aus jetzt machen wir noch hier ein paar orange punkte beziehungsweise braun das gleiche machen wir auch das gleiche machen wir auch auf der klo rolle schön verteilen genau und dann lassen wir das ganze erstmal trocknen genau das ganze hat jetzt so ungefähr zehn minuten getrocknet und jetzt klebt ihr das ganze einfach nur noch zusammen und ihr seid fertig genau das gleiche könnt ihr noch mit dem löwen und pinguin machen oder seid kreativ lasst euch was einfallen dann